Hallo! Was machen Sachen? Für die Bewegung gemeinsam YouTube, die Chris & Bora ins Leben gerufen hat, möchte ich euch meinen Channel kurz vorstellen. Ihr findet hier unter anderem Speech Wars. Die sind mit Musik unterlegt. Über ein paar quatsch ich drüber. Über das, was mir so passiert. Oder irgendwelche lustigen Geschichten. Je nachdem. Da ich ein werdender Games Artist bin, werdet ihr auch hier 3D-Arbeiten finden. Ich werde 3D-Modelle erstellen. Ich werde sie texturieren oder auch in der Unreal Engine arbeiten. All das werdet ihr hier finden. Und dann werdet ihr mich auch in Livestreams finden, wenn ich an aktuellen Projekten arbeite. Ja, das ist so der Content, der sich hier befindet. Ja, das ist so im kurzen, was es hier gibt. Bunte Bilder und 3D-Arbeiten. So die Kurzfassung. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielleicht schaut ihr ja mal vorbei. Tschüss!